Aber erstmal muss ich hier ein bisschen... Ach, warte, ich mach gleich auch Drohnen und so Zeug. So, ich mach mal alles raus, was ich nicht brauch, das kann ich mal dranbleiben lassen. Wurde mein Handy gehen. Also, was zeigen? Ach, komm, wir machen mal eine Quory. So, wenn man jetzt hier die Quory, man kann hier unten ja eingeben, was man möchte. Und dann kann man hier drauf drücken, dann zeigt sie eben das Rezept an, was man dafür braucht. Und ja, das war's eigentlich schon. Dann kann man halt hier noch, hier zum Beispiel das Diamond Gear, was man dafür braucht, Gold Gear. Alter, Junge, Alter. Für so ein Diamond Gear braucht man ein Gold Gear. Für ein Gold Gear braucht man ein Iron Gear. Für ein Iron Gear braucht man ein Stone Gear. Und für ein Stone Gear braucht man ein Wood Gear. Und für ein Wood Gear braucht man ein Stickies. Okay, ach so, bei dem Stone Gear macht man mit so einem Holz Gear mit Stein außen rum, oder? Ja, genau. So eine Raute drum. Ja. Okay, dann habe ich das noch richtig in Erinnerung. Ich mach gleich ordentlich, was? Wir machen aus der Hälfte mal immer Refined Iron von dem Eisen. Okay. Weil, brauchen wir für Maschinenblöcke. Okay. Gut. Gut. Oh, es wird wieder dunkel. Oh Mann. Ja, können kurz pendern. Ja. Gerade kurz. Ach. Ach, sieg dich. Okay, hier sind schon ein paar Bäume gewachsen. Ist gut aus. Ne, sieht's doch scheiße aus. Aber hey. Schmiergang. So. Ach, das muss eins höher, deswegen sieht scheiße aus. Hier hin. Ja. Richtig. So, jetzt sieht das doch gut aus. Dann bauen wir noch eine Fackel. Hab die auch hier reingeschmiert? Ja, Mann. So. Guck, ich wollte mal nach statischen Schuhen kurz gucken. Dann bauen wir noch... Äh. Science. Oh, nice. Ich weiß nicht mehr. WTF. Fuck. Was? Scheiße. Jetzt hab ich voll viel Stickies gemacht. Zwei Stacks, Stickies. Ist egal. Brauchen wir immer. Ja, kann man immer brauchen. So. Dann brauchen wir noch... Ja, warte kurz. Jetzt... Ich leg mich mal schlafen. Ja, ich brauch noch kurz einen Moment. Ach, jetzt hab ich Falltür gemacht. Hm. Ähm. Ähm. Blumenbatsch. Ach, der hat auch... Okay. Egal. Dann... Da haben wir... Ähm. Kann man Mineralien... So Eisen und so. Ne, Rohstoffe dann. Rohstoffe. Und drunter haben wir... Naturzeug. Natur. So. Jo. Schon mal anfangen. Du legst wieder in mein Bett, Baby. Ach. Das fühlt mich okay. Ja, okay. Dann mach wieder Schilder hin. Ja, das mach ich jetzt auch. Eine Klumbatsch. Rohstoffnatur. Äh. Rohstoffnatur. Guck mal rein. Ups. Puh. Äh. So. Hm. Tust du das ein bisschen einsortieren? Ja. Kann ich machen. Ich schmeiß dann grad hier mein Zeug. Ja. Hau rein. Okay. So. Das... Das... Brauch ich eigentlich ein bisschen. So. Also. Geh gleich dann... Äh. Rubberwood holen. Und Rubber. Okay. Ich mach mir mal kurz ne Eisenspitzhaken. Geh dann in... Die Höhle, wo ich erkunden wollte. Mhm. Die nehm ich aber dann bloß wasch. Für... Ja. So mach ich's auch. Ja. Unten hol ich kurz das Uranium. Oder das Uranium Zeug. Jupp. Aber ich wollt grad wieder Stickies machen, aber das ist mir eingefallen. Moment, wir haben noch welche. Ja. Sind das nicht wenig. So. Können wir uns auch eine Atombombe bauen, ne? Wohl. Äh. 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 Essen brauche ich. Ein bisschen. Ich hab Hunger. Ja. Hast du... Hast du... Ne. Knochen. Knochen können wir dann auch immer grad für die Farm aufheben. Jupp. So, ich mach mich dann mal auf den Weg. Jo. Gute Reise. Jo. Danke. Auf Pfeile. Boah. Ah. Aber ich find's echt schade, dass hier die Karten schon alle weg sind beim Marathon... äh Mittelerde Marathon. Bei uns im Kino. Ach so, ja. Stimmt. Da war was. Ja. Rohstoffe Natur. Aber... Wir machen das ja dann bei mir daheim. Oder bei dir. Oder bei mir. Keine Ahnung. Auf jeden Fall machen wir's selber so. Genau. Wir machen einen kleinen Mittelerde Marathon. Klein. Ja. Also komplett Herr der Ringe und Hobbit. Der Hobbit. Das sind sechs Filme. Ah. Zweieinhalb Stunden. Ja. Boah geil wie viel Kohle hier ist. Und hier... Das ist wie verarschend. Das sah so groß aus. Das ist hier unten gar nichts. Keine Ahnung. Voll viel Kohle zwar. Soll ich vielleicht drunter... Drunter ist bestimmt viel, aber ich hab jetzt keinen Bock mich darüber zu bauen. Ich weiß wo ich dann hingehe. Wir brauchen auch auf jeden Fall Kühe. Ja. Damit wir so einen Zaubertisch machen können. Also braucht für den Zaubertisch nicht. Aber für die Kühe. Aber für die Kühe. Wo aus dem Bum müssen. Ja. Ne ne. Wir legen die Kühe auf den Zaubertisch. Achso. Okay. Die Macht der Kühe. Ach Matze. Ganz ehrlich. Was denn? Man kriegt die oberen Truhen nicht auf. Lol. Toll. Dann... Dann schaufel eben drüber ein bisschen frei. Wo ist das Problem? Oh. Da kann man... Da kann man nicht wundern. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Was kannst du überhaupt? Okay. Du... Äh... Vieles. Na ja. Aber nicht mein Kopf. Das ist gut. Fisch. Fremdfahrt. Da bin ich inkompetent und scheiße. Oh. Ist okay. Scheiße. Äh... Hier gehts rum. Oder? In der Tat. Oh. Jetzt... Sieht das aus wie neu. Uh. Ist aber Steilrunde. Und wir kriegen das auch auf. Was haben wir denn hier cooles? Doch sieht Diamant. Quarzkristall. Quarzkristall. Ja. Daraus kannst du hier... Werkzeuge bauen. Nef? Achso. Okay. Was geht das doch? Cobbis. Ist das gutes? Gutes Werkzeug? Oder? Das ist das, was ich vorhin gemacht habe. Achso. Okay. Also so... So ein Mittelding. Ja. Wahrscheinlich. Wow.